Louis Trenker sagte einmal Nun, der Langkofel, wie Sie hier sehen, hier, das ist der schönste Berg der Dolomiten überhaupt. Heute wollen wir den Langkofel umrunden. Um uns reichlich 600 Kilometer Aufstieg zu ersparen, nehmen wir diesen recht abenteuerlichen Gondellift. Er bringt uns in die Langkofelscharte. Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Schautafel zeigt, wie hoch der Schnee im Juni 2013 noch lag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020